halli hallo und herzlich willkommen zurück bei force of nature 2 so ich glaube es fängt an zu regnen was habe ich gerade gesammelt muss kurz gucken ich habe gesammelt habe ich schon irgendwas gebastelt eine klamotte ach die knöpfe waren das alles klar genau wir wollten ja wir wollten ja das muss ich wieder an machen eine hose ich wollte erst mal diese skin pants haben da brauchen wir noch ein paar von diesen hier von diesen robes ich mache mal so jetzt nicht alle auf einmal machen dass wir wenigstens schon mal eine hose haben weil scheinbar ist das jetzt hier nicht mehr wert als unterwäsche wenn ich das richtig sehe ich hoffe dass wir das denn hier in summe auch sehen wenn wir das anziehen so was natürlich ist mein inventory full ja großartig was haben wir denn hier noch so kann ich irgendwas noch stecken oder so hier die zum beispiel das hier soll soll habe ich jetzt hier nicht aber ich packe mal rein ich glaube kotten habe ich hier noch ja kotten kann da noch ein das das nicht aber habe ich jetzt schon mehr inventarplätze als vorher großartig so jetzt aber guck jetzt bauen wir uns eine skin hose ist eine gute idee amor zwei amor drei also wir haben definitiv so da haben wir noch ein bisschen mehr ausdauer aber ich würde echt lieber auf auf health gehen aktuell also go das dauert da müssen wir auf jeden fall auch leveln dass das schneller gehen mit dem kraften ja 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 ist das ein grindy game richtig gut ja 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 das gefällt mir ich mag das das gefällt mir sehr die tag und nacht wechsel sind mir fast ein bisschen zu schnell muss ich sagen zeit geht mir zu schnell vielleicht kann man das noch irgendwie ein bisschen anpassen später mal schauen so der regen geht voll ab jetzt gerade hose oh nein schade man sieht das hier nicht kann ich die vielleicht irgendwie wegschmeißen ja mach ich los ne ich hau die erst mal weg ganz schick großartig ich weiß jetzt gerade nicht wohin damit ne also deswegen habe ich die jetzt erstmal hierhin beworfen aber ich befürchte halt dass die ich will die nicht wegwerfen ehrlich gesagt was kostet eigentlich noch ein basket ich glaube ich möchte noch einen dritten basket haben wo haben wir das hier einmal ember das kostet ja nicht viel das können wir doch eben basteln komm kein problem so machen wir guck mal wir können sogar noch ein paar mehr von den gingen bauen das geht doch ne dann machen wir mal noch zwei ok noch zwei baskets hier noch einen und da noch einen so damit wir das inventar ein bisschen mehr kriegen wir können das ja auch noch mal ein bisschen nach kategorien sortieren sonst wow wat ne hose eh die ist echt schick oh warte warte wir müssen weiter bauen sorry was ist mit meiner kuh gibt das ich glaube das ist auch nicht der richtige stall warum warum ist sie so unentspannt die lebt noch 43 ist alles gut ich müsste sie vielleicht mal mit irgendwas füttern ne damit wir noch milch kriegen aber brauchen wir eigentlich nicht wofür jetzt geh doch ins haus oh guck mal hier kein huhn wieso habe ich denn jetzt zwei bonfire gebaut leute hä warum ich wollte doch zwei baskets haben warum tue ich das ja alles klar ich oh nein ok ja sau dämlich alles klar ich brauche noch ein paar ein paar von denen hier ja richtig doof grad ne ich mach mal noch 20 craft ok gleich kommen die baskets das war richtig döselig guck mal wir haben jetzt mehr leben ne wir haben jetzt durch die hose haben wir jetzt 7 health obendrauf das ist sehr schön das gefällt mir sehr gut dann müssten wir ja mit der ganzen rüssi dann nachher auf die 80 kommen oder 90 oder keine ahnung was ich hab's ich weiß gerade nicht wie viel das in summe ausmacht schuhe noch oberteil handschuhe hier hätte und so weiter dann bauen wir uns noch ein schild ich glaube das macht auch hochgradig sinn und erst wenn wir uns richtig schön ausgerüstet haben ziehen wir dann richtig ins land hinaus oder vielleicht noch mit einem schlafsack wenn das sinn macht vielleicht nehmen wir uns noch einen schlafsack mit mal gucken so hier nehme ich zack wir bilden das hier habe ich gesagt da einen hin und da einen hin so jetzt komm mach jetzt ein basket Träumchen so ok was haben wir denn Moment doch wir haben hier diese ich nehme mal hier Kohle Klaus und diesen ganzen Kram machen wir mal hier rein und auch diese Dinger schau mal ähm was war jetzt hier genau hier machen wir denn so die Seeds rein macht auf jeden Fall Sinn das Essen lassen wir im Inventar das ist ja brauchen wir ja für unterwegs das packe ich noch weg kommt in Wasser Dings so dann haben wir hier warte mal hier sind auch noch Seeds ja die lassen wir mal hier drin dann können wir noch ein bisschen was anbauen äh ja gut dann haben wir hier Holz Loks machen wir dann haben wir keine Äste mehr pack das trotzdem alles mal hier rein Seil Kartoffeln können wir gleich noch brutzeln ähm das verfüttern wir gleich an die Kuh ich mache auch Leder hier rein Clay hatten wir eigentlich hier machen wir da machen wir hier rein genau so das ist auch Essen für Stamina Leinen die Hose ich habe keine Ahnung wo machen wir die denn die machen wir jetzt hier rein die Hose wo mal hier das verfütter ich wie gesagt gleich das packen wir auch noch mit hier rein mal gucken ob die Kuh das möchte Pure Water achso warte dann machen wir dann machen wir jetzt fix eine Runde Wasser let's go dann ist das wenigstens weg und dann verfüttern wir das hier mal an die Kuh dann ist das auch erledigt dann pflanze ich hier noch ein bisschen was an gleich geht ja nicht weil wir kein Wasser haben top ähm geht läuft also es geht rucki zucki geht das hier das ist ähm ja kein Problem so jetzt haben wir ein Wasser für dich feed hä hab ich schon 4 was hab ich da noch mehr von 3 das ist super was war das andere was die haben wollen das habe ich nicht ja gut dann packen wir es doch hier rein dann scheiß drauf so dann mache ich hier noch Wasser rein ne das machen wir gar nicht ich mache die Milch hier noch erstmal mit rein weil ich glaube das brauchen wir für was anderes das Milch brauchen wir für was anderes dann werde ich hier stattdessen nochmal ein bisschen Dingsbums anbauen hier auch geht nicht okay okay warte gleich ich mag die Musik ich mag die Musik die ist voll entspannt so ein bisschen wie bei ähm Outlaws of the Old West wer es gesehen hat hier auf meinem Kanal geiles Spiel irgendwann werde ich da weitermachen so okay lass mich raten wir haben nicht genug von dem Zeug warte mal ein Pelz drei Leder die brauchen ja das Oberteil dieses hier drei Leder zwei Pelz oh aha warte dann machen wir jetzt schnell nochmal eine Runde Leder machen wir mal so ich würde jetzt vier machen sehr nice können wir vielleicht das Oberteil schon bauen da müssen wir nur noch ein bisschen Seil haben bisschen Seil hatte ich hier Knöpfe müssen wir noch basteln Knöpfe basteln wir aber hier dafür brauchen wir wieder Äste die ich jetzt wieder nicht habe okay dann machen wir noch ein paar Äste oh mein Gott ey wir rennen uns hier tot ehrlich so hier machen wir eben ein bisschen Platz damit wir hier eine fette Hütte hinbauen können das ist super wichtig ich brauche hier richtig viel Hütte so dann mach mal den Weg frei ich brauche Sticks ich glaube fast dass wir hier unten irgendwo noch Sticks irgendwo lagen noch welche so auch spannend was sich denn hier so alles befindet ne so das nehmen wir mal alles mit da ist die Stimme schon wieder merkwürdig also heute ist komisch so warte 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 hier waren keine Sticks mehr hätte ja sein können ne so okay der macht da das Leder und wir machen Knöpfe wie viele Knöpfe machen wir 48 let's go wir brauchen eh noch ein paar es dauert ne Weile Kräumchen ja das ist halt doof dass wir hier stehen bleiben müssen bei einigen Sachen wo das über Zeit passiert wie mit dem Water Purifier und hier der Tannery da müssen wir nicht dabei stehen das geht auch so aber hier Handmade ne vielleicht haben wir ja irgendwann Angestellte vielleicht kann man ja diese diese Kobolde wo wir ja letztens einen kaputt gemacht haben was relativ einfach war vielleicht kann man die ja auch zähmen und hier einfach an so eine Werkbank stellen das würde ich ja ziemlich feiern das wäre richtig cool aber hier ist nirgendwo ein Slot aber das wäre lustig wie ich finde jo dann machen wir hier ein paar Knöpfchen was brauchen wir noch können wir noch ne Q machen hier achso da brauchen wir noch Leder Knöpfe können wir ja schon mal rüber holen oder ja guck mal wie schön dann hole ich mal schon das Leder dann kannst du kurz Pause machen so dann gehen wir hier wieder hin dann kannst du da weitermachen und ich mach mir hier guck mal hier Max Hell 10 geil das scheint doch eher für den Winter zu sein kann das sein dass wir hier Jahreszeiten haben das würde ich auch sehr sehr gut finden das ist eher so Winter Zeug das heißt wir müssen dann diese Geschichte hier auf jeden Fall auch noch bauen ne Light Skin Light Skin dann haben wir hier die klassischen Sandalen und hier fette Boots ok hier sind noch zwei über da ist noch ein Leder über und das war's ok da müssen wir auf jeden Fall jetzt mehr Zeug holen also wir haben viele viele Knöpfe und der braucht noch ein bisschen oh das dauert guck mal die Rüstung dauert eieiei da haben wir aber schon mal ein bisschen was dann sind wir schon bei 77 hier beim Leben dann kann ich schon ein Schweinchen mehr kaputt machen oder so cool wäre natürlich auch eine richtige Waffe das wäre auch nochmal ein Thema da gucke ich gleich mal bei dem Crafting Table aber ich glaube da brauchen wir Kupfer und das ist ja das Thema wir brauchen dringend einen Kupfer wir brauchen dringend einen Kupfer richtig so gucken neue Klamotten guck mal hier Geilomat sehr sehr cool so dann machen wir jetzt hier nochmal die Seile rein die Knöpfe rein das haben wir hier schon wieder Weed Grains wo kommen die denn jetzt her ähm Leder 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 mache ich jetzt ach guck mal hier ah Momento warte mal warte 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 ging da nicht noch was Stiefel 5 Seile 4 Knöpfe ey das machen wir auch noch Moment Knöpfe alles wieder zurück ja oh wie cool Craft holen wir uns die Dinger auch direkt schon mal und dann gucke ich aber nach der Waffe so einen Helm brauchen wir natürlich auch noch Skin Hut aber da brauchen wir nochmal ein bisschen mehr bisschen mehr Zeug ja gehen wir nochmal äh fix jagen würde ich sagen gar kein Problem so ich mach gleich nochmal ein bisschen Leinen klar so Schurken auch weg ja wunderschön bist du jetzt wunderschön also ein Traum das sind mal mehr mal weniger gerne warte mal oh was ist hier komisch gerade 4 eh there are not enough preferred ingredients so this will be wasted mhm was für einen Unterschied macht das jetzt ich raffs grad nicht plant und hier auch plant ja irgendwie ne ich hatte eben nur eine eine Geschichte hier drin ne und da 2 aber ich will ja immer 4 machen das ist ja jetzt grad spannend Moment du haben wir irgendwo noch ja machen wir gleich nochmal ein paar Seile warte das machen wir hier rein die Knöpfe ne die lassen wir so bevor wir aber Seile machen will ich kurz wissen hallo ähm der Stone Spear ach ne guck 8 Damage Attack Speed Spend Stamina und 2% Chance Stun Enemy for one second ja toll das hier Damage plus 2 das ist ein Amulett das ist auch sehr cool und ein Shield brauchen wir auch Block Chance Block Chance und Amor 6 Damage plus 1 Block Chance da würde ich eher das hier bauen also wir bauen uns jetzt dieses Necklace wir bauen uns oder hier Amulett wir bauen uns das Schild wir bauen uns einen Steinspeer dafür brauchen wir jetzt aber noch so einen Feuerstein oder was das ist und das hier die Claw Dinger werden nicht reichen das ist schon klar ist der zweihändig eigentlich nicht so den bauen wir jetzt mal immer ein bisschen dichter so ähm ein Leder ein Leder 5 von den Dingern wir haben aber nur 3 da brauchen wir 12 von den Dingern alles klar wir können also noch keinen äh Schild bauen ok 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 oh wow warum will ich das Ding haben das ist ja selten dämlich ich brauche den Maze äh das ist ja jetzt sau doof warte mal warte mal wir haben einen Bogen das ist schön aber wir haben keine Pfeile den Bogen habe ich doch hier irgendwie gebaut hier ist Stone Arrows da brauchen wir Äste oder Bambus das hier und Federn Federn haben wir noch nicht die kriegen wir wahrscheinlich wenn wir Hühner haben und die füttern vermutlich denke ich mal oder Enten oder sowas ok jetzt haben wir das Ding und das Ding aber eigentlich möchte ich den Maze haben dafür brauchen wir normalen Stein dann bauen wir uns den Maze ok alles klar lass uns hier ran so dann machst du den mal kaputt den kleinen ja den machen wir jetzt einmal kaputt bauen wir uns den Maze dann haben wir schon mal drei Waffen ist auch nicht verkehrt finde ich so äh nein hier Stone Maze ok let's go dann lege ich jetzt den erstmal an und mach die Armbrust beziehungsweise den Bogen erstmal zur Seite das Ding hier keine Ahnung was das sein soll was ich damit machen soll hab ich nicht verstanden packen wir weg die beiden Sachen packen wir weg dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz so Maze und die Slinge die Slinge lassen wir noch drauf ok so dann können wir das hier rein machen zack so was können wir denn jetzt noch bauen nischt den Hut ne ok gut wir müssen jagen gehen das heißt ich werde jetzt hier einmal im Dunkeln soll ich im Dunkeln jagen gehen ist das eine gute Idee eigentlich egal oder warte mal die Steine das Wasser mach ich auch hier erstmal rein das reiche ich das ist überhaupt gar keine Sortierung gerade das war richtig doof gerade Moment Steine und so das muss doch hier rein so hier kann das da hin so hier da haben wir noch da mach ich noch die Seile hin so Leder bleibt erstmal kurz hier Knöpfe machen wir da rein so ich wollte hier eh noch ein paar Robes machen aber ist egal wir lassen das jetzt so und dann machen wir noch ein paar Kartüften so go weil die glaube ich gut sind für genau zum heilen und ja nix und die sind ganz cool und Fleisch also die Kartoffeln kriegen wir relativ flott die können wir auch anbauen hier haben wir ein Tool drin das haben wir einfach drin gelassen ist auch ok das Messer haben wir jetzt auch da gelassen ist auch gut so schau mal hier 84 nice richtig gut so noch zwei Kartüften und dann lass uns los und dann mal gucken wie weit wir kommen kann ich die Dinger nicht sogar hier irgendwo auf dem Schnellslot oder so ja das machen wir mal hier baked potato genau genau wie das so machen wir dahin ok haben wir und ich nehme jetzt mal das Maze wir haben ja noch kein noch kein Schild lass mal gucken lass mal gucken ich laufe mal wo laufe ich denn wo war ich denn eigentlich letztes Mal wo diese Kobold ich glaube da bin ich hier lang gelaufen da werde ich jetzt nochmal hin hier unten hier so bin der Meinung dass die da waren bin ich hier irgendwo bam bam yeah ok so toll ist jetzt auch nicht aber immer noch besser so hier Stick nehmen wir auch immer mit Leinen nehme ich auch mit Leinen geht immer hier nur dass die Slots dann wieder voll sind ist auch kacke Wurst ok wir haben jetzt 10er man merkt es 10er Schaden hier kommen wir nicht weiter Ente 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 so ich bin auch ein bisschen geschützter man merkt es bleib doch stehen ich brauche deinen Pelz für den Rest meiner Rüstung bleib einfach hier sehr gut wir brauchen kurze Pause glaube ich damit wir uns kurz erholen können so dann snacke ich mal ein Kartüftel Kartüftelchen nochmal gucken wie lange das jetzt hoch geht ob das wirklich schneller geht und wie weit naja das ist jetzt nicht so ist nicht so viel ne also ich denke mal dass wenn wir richtige Mahlzeiten bauen kann ich hier eigentlich schwimmen ne wenn wir richtige Mahlzeiten bauen dass wir dann auch richtig gut uns heilen und regenerieren können denke ich mal vermutlich warte mal ich höre doch schon wieder ein Schwein oh guck mal hier sehr gut der hat nichts abgeworfen dieser kleine Scheißer dieser Kobold hat nichts abgeworfen wie schade wer weiß wofür die gut sind aber das ist die Kuh die gerade so entspannt hier lang gelaufen ist scheinbar ne soo 60 Leben Schaf soo oh Gott oh Gott wie nervig Moment ich esse mal ein Stück Fleisch Na toll, einen Stock hat er abgeworfen. Mhh, das ist ja cool. Warte mal, irgendwer ist doch hier noch abgehauen eben gerade. Hier. Genau, Claws brauchen wir ja auch eine Menge, ne? Wir brauchen ja auch Claws. Ich esse noch eine Kartoffel. Ähm. Für das Necklace. Haben wir jetzt drei? Drei hatten wir glaube ich zu Hause. Hm. Das ist mir alles zu wenig hier gerade. So, ich futter nochmal, laufe nochmal ein Stück hoch. Ich hab auch keine Ahnung, was hier auf uns wartet, ne? Oder wo wir Kupfer herkriegen oder so. Hier ist nur Splinter. Bleibt doch stehen. So, ihr habt ihr euch diesen Schloss. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott, warte mal. Der auch noch? Okay, ich sammle einen und hau ab. Ich hau ab. Das ist mir gerade so tricky hier. Wir haben hier noch ein bisschen Splinter. Okay. Ja, nimm mit. Komm, ist egal. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir noch ein bisschen verprügelt werden auf dem Weg nach Hause. Wir müssen uns ein bisschen hochheilen. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich hier. Aber wie komme ich denn jetzt nach Hause eben? Das habe ich ja jetzt nicht mehr so. Oh, ach guck. Ja, das ist ja super. Muss hier durch. Krass. Noch ein bisschen weiter weg, hä? So, hier lang. Hier hoch. Hier gibt es noch eine ganze Menge Tierchen, die wir zähmen müssen. Aber erst mal muss ich nach Hause. Bevor ich hier speichere, beziehungsweise bevor wir hier diese Folge beenden, komme ich hier lang. Ja, hier ist gut. Hier ist auch super. Hier geht es nach Hause. Träumchen. Wow, wir haben eine ganze Menge Zeug. Aber lange nicht genug für so ein Necklace oder für so ein paar andere Geschichten. Aber davon haben wir drei. Das reicht nicht. So, hier die Knöpfe packe ich schon mal ein. Ähm, das nehme ich auch schon mal mit. Hier Seil müssen wir auch noch ein paar machen. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge. Da schauen wir mal, was wir uns noch so bauen können. Ein Schild brauche ich. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.